Entfaltung von Gemütsruhe und Klarblick Aus einem Vortrag vom ehrwürdigen Janatiloka Mahatera Gehalten in Tokio 1920 Die ursprüngliche Lehre des Buddha lässt sich in drei Worten zusammenfassen Sittlichkeit, Sammlung und Einsicht Dies ist gleichzeitig eine Zusammenfassung der drei Teile des zur Erlöschung des Leidens führenden achtfachen Pfades, bei dem Sittlichkeit, Sila als rechte Rede, Tat und Lebenserwerb 3-5, Geistige Sammlung, Samadhi als rechte Anstrengung, Achtsamkeit und Sammlung 6-8 und Einsicht, Panja als rechte Erkenntnis und Gesinnung 1-2 aufgeführt werden. Die Grundlage für diese nacheinander zur Vollendung kommenden drei Stufen bildet die Sittlichkeit, Sila. Ohne sie gibt es auf diesem zur vollkommenen Reinheit und Erlösung führenden achtfachen Pfad keinen wirklichen Fortschritt. Die beiden höheren Stufen wie Sammlung, Samadhi und Einsicht, Panja werden zur Vollendung gebracht durch 1. Entfaltung von Sammlung oder Gemütsruhe und 2. Entfaltung von Einsicht oder Klarblick. In dieser Darlegung möchte ich nur einen allgemeinen Umriss von der authentischen Methode dieser zweifachen Entfaltung geben, ohne mich dabei auf Einzelheiten einzulassen. Näher Interessierte sind auf die Visudi Magga Römisch 3 bis 22 verwiesen. In vielen Ländern Asiens gibt es noch heute Mönche und Einsiedler, die tief in den von wilden Tieren bewohnten Wäldern, unter Bäumen oder in Höhlen wohnend, von allen weltlichen Wünschen und Sorgen abgewandt, die innere Gemütsruhe und den Klarblick entfalten, um die vom Buddha gewiesene Erlösung von aller Wiedergeburt und allem Leiden zu verwirklichen. Auf jeden Fall ist einsame Zurückgezogenheit wenigstens für eine gewisse Zeit ein unerlässliches Erfordernis zur Erreichung dieser Ziele. Die absolute Reinheit, d.h. Versiegung von Gier, Hass und Verblendung und damit die Erlösung von der Runde der Wiedergeburt und allem Leiden, ist das letzte und endgültige Ziel dieser beiden Arten der Entfaltung. Wenn dieses Ziel auch für die meisten noch in der Ferne liegt, so stellt es für den Praktizierenden doch stets das endgültige Ideal dar, das ihn zum Guten und Edlen antreibt. Der Buddha sagt, Was nun, ihr Mönche, ist das Nirvan? Es ist die Erlöschung von Gier, Hass und Verblendung. Und was, ihr Mönche, ist der zum Nirvan führende Pfad? Er besteht aus Gemütsruhe und Klarblick. Gemütsruhe, Samatha, ist der unerschütterliche Zustand des Geistes, der nur durch angestrengte Übung und Entfaltung der geistigen Sammlung erreicht werden kann. Nach dem Kommentar Sanke Pavanana gewährt die Gemütsruhe einen dreifachen Segen. Glückliche Wiedergeburt, Wohlsein bei Lebzeiten, Reinheit und Fähigkeit des Geistes zum Klarblick. Unter Einsicht oder Klarblick, wie Passana, hat man die aufleuchtende, intuitive Einsicht in die Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Unpersönlichkeit, Anicca, Dukkha, Anatta, der das Dasein ausmachenden fünf Daseinsgruppen zu verstehen. Letztere sind Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein. Nur die Einsicht also besitzt die Fähigkeit, den Menschen dauernd vom Samsara zu erlösen. Die Gemütsruhe aber bildet die nötige Grundlage für Einsicht und Erkenntnis. Daher sagt der Buddha, Übet geistige Sammlung, ihr Mönche. Nur der geistig Gesammelte erkennt die Dinge, wie sie in Wirklichkeit sind. Über den Klarblick heißt es im Melinda Panha, wenn man eine Lampe in ein dunkles Gemach bringt und die Lampe das Dunkel verscheucht, helle erzeugt und Licht verbreitet, sodass alle Gegenstände sichtbar werden, ebenso auch zerstreut der Klarblick, sobald er aufleuchtet, das Dunkel der Verblendung und bringt das Licht der Erkenntnis. So wie die Sittlichkeit Sila die nötige Grundlage für die erfolgreiche Entfaltung von Sammlung und Gemütsruhe, Samadhi, bildet, so bildet die Sammlung wiederum die nötige Grundlage für den Klarblick, wie Passana. Der vollendete Klarblick bildet dann die unmittelbare Bedingung zum Eintritt in die verschiedenen Stufen der Heiligkeit und Erlösung. Entfaltung der Sammlung Samadhi, Bhavana Zur Entfaltung der Sammlung bzw. der Gemütsruhe gibt es viele Übungen. In Visuddhi Magga, Römisch 3 bis Römisch 11, werden 40 solche Samadhi-Übungen eingehend behandelt, nämlich 10 Kasina-Übungen Blau, Gelb, Rot, Weiß Kasina Erd, Wasser, Feuer, Wind Kasina Raum und Licht Kasina 10 Leichenbetrachtungen 10 Achtsamkeiten Auf den Buddha, seine Lehre, seine heilige Jüngerschaft, den Körper, die Ein- und Ausatmung, Körperhaltung, Körperteile und Bewegungen, Gefühle, Bewusstseinszustände und Geistesobjekte. 4 Unermesslichkeiten oder göttliche Verweilungsstätten Liebende Güte, Mitleid, Mitfreude und Gleichmut 4 Unkörperliche Gebiete Eine Vorstellung der Widerlichkeit, der Nahrung Eine Zerlegung des Körpers in seine vier Elemente Bevor ich auf die einzelnen Samadhi-Übungen näher eingehe, möchte ich erst noch von den verschiedenen Stufen der geistigen Sammlung oder Konzentration sprechen. Und ebenso von den als Jhana bezeichneten geistigen Versenkungs- oder Vertiefungszuständen, die mithilfe der Samadhi-Übungen erreicht werden können. Die drei Stufen der Sammlung sind 1. Vorbereitende Sammlung 2. Angrenzende Sammlung 3. Volle Sammlung 1. Die vorbereitende Sammlung tritt ein, sobald man den Geist auf eines oder der oben aufgezählten Übungsobjekte gerichtet hat. 2. Die angrenzende Sammlung ist jener Vertiefungsgrad, der sich der ersten Vertiefung annähert, an sie angrenzt und durch das Erscheinen eines sogenannten geistigen Gegenbildes, darüber später mehr, gekennzeichnet ist. 3. Die volle Sammlung ist die während der vier Vertiefungen anwesende Sammlung. Unter den Vertiefungen Jhana versteht man klar bewusste Versenkungszustände des Geistes, die man am besten in der Abgeschiedenheit und durch intensive Samadhi-Übung erreichen kann. Alle Sinnestätigkeit ist bereits in der ersten Vertiefung sehr gering. Seh- oder Hörempfindung werden weniger und verschwinden dann ganz. Das gewöhnliche körperliche Gefühl ist für den Meditierenden nicht mehr da. Wenn auch somit alle äußeren Sinneseindrücke schwinden, so bleibt doch das innere Bewusstsein vollkommen wach. 1. Die erste Vertiefung ist ein der Sinnenwelt entrückter Zustand des Friedens und der Glückseligkeit. Gedankenfassung und diskursives Denken, die sogenannte verbale Tätigkeit des Geistes oder inneres Sprechen, können noch auftauchen. 2. 2. Nach Schwinden der verbalen Tätigkeit aber tritt die zweite Vertiefung ein, ein vertiefter Zustand der Verzückung, Pity und Freude, frei von diskursivem und begrifflichem Denken. 3. Nach Aufhebung des ekstatischen Zustandes der Verzückung und Freude tritt die von Gleichmut und Glück, Upeka Sukha, erfüllte dritte Vertiefung ein. 4. Nach der restlosen Aufhebung jeder Art von Freude und Glücksgefühl aber tritt der von vollkommenem Gleichmut, Upeka, erfüllte Zustand der vierten Vertiefung ein. Der Geisteszustand nach Austritt aus der vierten Vertiefung wird in den Sutten häufig als nachgebig, biegsam, lauter, nicht spröde, an gutterer Römisch 3, 100 beschrieben, oder als gesammelt, lauter, rein, unbefleckt, ungetrübt, geschmeidig, gefügig, fest und unerschütterlich. 4. Nach der Geisteszustand Wir wollen nun die Entfaltung einiger der hauptsächlichsten Samadhi-Übungen ansprechen. Was die Kasina-Übungen betrifft, so sind diese ein äußerliches Verfahren, um die Vertiefungen herbeizuführen. Sie ähneln der Methode, durch Fixierung eines glänzenden Gegenstandes und dergleichen einen tiefen Ruhezustand herbeizuführen. Es ist daher ganz wichtig, bei dieser Übung keine Schläfrigkeit aufkommen zu lassen, sondern im Geiste stets vollkommen klar und wach zu bleiben. Beim Üben der vier Farben Kasinas nehme man eine kreisrunde blaue, gelbe, rote oder weiße Scheibe oder auch Blumen, Stoffe oder dergleichen in diesen Farben als Meditationsobjekt. Für das Erdkasina kann ein von einer erhöht liegenden Stelle aus gesehener und in die Augen fallender Acker oder auch eine eigens zu diesem Zwecke hergestellte Erdscheibe dienen. Als Objekt für das Wasser-Kasina kann ein von einer Anhöhe ausgesehene, tiefer liegender Teich oder auch das in einem Topf befindliche Wasser benutzt werden. Ähnlich verhält es sich bei den übrigen Kasina-Objekten. Um diese wie auch alle anderen Konzentrationsübungen zu entfalten, ist für den Anfänger die Abgeschiedenheit und Geräuschlosigkeit des Ortes eine unbedingte Notwendigkeit. Am Anfang ist jede andere Beschäftigung zu vermeiden. Der Sitz soll möglichst bequem und angenehm sein. Da sich die vier Farben-Kasinas in ihrer Methode gleichen, möge die Übung des Blau-Kasinas als Beispiel genügen. Man richtet seine volle und ungeteilte Achtsamkeit auf die blaue Scheibe, die man vor sich auf den Boden gelegt oder an der Wand oder einem Baume befestigt hat, ohne jedoch dabei seine Augen irgendwie anzustrengen und übt als erstes die vorbereitende Sammlung. Während man nun die Scheibe betrachtet, bemüht man sich, dem Geist von allen fremden Eindrücken und ablenkenden Gedanken fernzuhalten und nur die Vorstellung der Farbe blau zu festigen. Indem man so seinen Geist ausschließlich auf dieses Blau-Objekt gerichtet hält, beginnen die um die Scheibe herum befindlichen Dinge langsam zu verschwinden. Die Scheibe aber wird mehr und mehr zu einem geistigen Bild. Ob man nun die Augen geschlossen oder offen hält, man nimmt mehr und mehr nur noch das geistige Bild der Kasinas-Scheibe wahr. Dies ist das im Geist gezeugte, aber gleichsam wie mit den Augen gesehene, aufgefasste Bild. Das Bild wird also nicht durch das Sehorgan, sondern durch den Geist, der es vergegenwärtigt wahrgenommen. Sobald nun dieses geistige Bild nicht mehr verloren geht, sondern im Geist gefestigt ist, begebe man sich an eine andere Stelle und setze dort die Übung fort. Man fixiert nun mit dem geistigen Auge immer mehr und mehr das gezeugte Bild, bis dieses immer reiner und intensiver wird. Schließlich mag es das Aussehen des weiß-leuchtenden Morgensternes annehmen. Dies ist das Reflexbild und damit hat man die angrenzende Sammlung erreicht. Auf dieser Konzentrationsstufe sind bereits alle geistigen Hindernisse geschwunden. Keine Regung von Gier oder Missmut steigt mehr in diesem Zustande auf, keine geistige Mattheit, keine Aufgeregtheit und Unruhe mehr und keine Zweifelsucht. Solange diese Hindernisse noch auftreten, kann es keine innere Gemütsruhe geben. Indem man nun dieses Reflexbild im Geiste weiter fixiert, erlangt man schließlich die volle Sammlung. Das bedeutet den Eintritt in die erste Vertiefung. Durch die immer intensiver werdende Konzentration erreicht man dann der Reihe nach die oben beschriebenen Vertiefungen. Was die Zehn-Leichen-Betrachtungen anbetrifft, so sollen diese dazu dienen, Ekel vor den sinnlichen Leidenschaften zu erzeugen und den Geist von der Sinnenlust zu befreien. Denn nur dann kann die innere Gemütsruhe eintreten und der Klarblick erfolgreich geübt werden. Die Objekte der Leichenbetrachtungen sind wirklich oder bloß in der Vorstellung eine aufgedunsene Leiche, eine in Fäulnis übergegangene Leiche, eine von Würmern zernagte Leiche, ein Knochengerippe und vieles andere mehr. Von den zehn Arten der Achtsamkeit sind die achtsamen Betrachtungen über die Vorzüge des Erleuchteten, seiner Lehre und seiner heiligen Jüngerschaft in den buddhistischen Ländern Südasiens ein beliebter Gegenstand der Betrachtung. Von den weiteren Übungen möchte ich hier noch die Entfaltung der vier unermesslichen oder göttlichen Verweilungszustände kurz andeuten. Hierunter versteht man die auch im Alltagsleben geübte liebende Güte, Metta. Laut Visudi Magga wird sie folgendermaßen geübt. Mit einem von liebender Güte erfüllten Geist durchstrahle man die ganze Welt, ohne einen Unterschied zwischen Freund und Feind, zwischen guten und bösen Menschen zu machen. Nicht nur Menschen durchstrahle man mit Liebe und Wohlwollen, sondern auch alle Tiere bis hinab zu den winzigsten Insekten. Sich mit allen Wesen und Geschöpfen gleichstellend, möge man in sich den Wunsch erwecken, mögen doch alle Wesen glücklich sein, mögen sie frei sein von Gier, Hass, Verblendung und Leiden. In Visudi Magga heißt es, zuerst denke man an sich, möchte ich doch glücklich sein, möchte ich frei sein von Leiden, gerade so wie ich die Freuden liebe und die Schmerzen verabscheue, wie ich zu leben und nicht zu sterben wünsche, genauso auch ist es mit den anderen Wesen. Jedwede Richtung mit dem Geist durchstreifend traf keinen Ich, den mehr man liebte als sich selbst. So ist den anderen allen lieb ihr eigenes Selbst. Drum allen Gutes wünschend tut man keinem weh. Hierauf möge man seinen geachteten und hochgeschätzten Vorgesetzten oder Lehrer mit Gedanken der liebenden Güte und des Wohlwollens durchdringen. Dann alle mit einem zusammenlebenden Menschen, dann alle Bewohner des angrenzenden Dorfes oder der Stadt, dann alle Bewohner des ganzen Landes, der ganzen Welt und schließlich alle Wesen der niederen wie höheren Daseinssphären. In den Sutten-Texten heißt es oft, da ihr Mönche durchdringt der Mönch mit einem von Lieben der Güte erfüllten Geist erst eine Richtung, dann eine zweite Richtung, dann eine dritte, dann die vierte, dann nach oben und nach unten und allen Zwischenrichtungen, sich mit allen Wesen identifizierend, durchdringt er die ganze Welt mit seiner liebenden Güte, mit weitem und unbeschränkten Gemüt, frei von Groll und Übelwollen. Die Entfaltung der liebenden Güte läutert das Herz von jeglichem Hass und Groll und erzeugt Ruhe und Frieden. Ähnlich verhält es sich bei der Entfaltung des Mitleids, Karuna, und der Mitfreude, Mudita. Bei der Entfaltung des Gleichmuts, OPK, des vierten göttlichen Verweilungszustandes, werden alle Dinge mit Gleichbleiben der Gelassenheit betrachtet. Mit unerschütterlichen Gleichmut schaut der Geist auf Reichtum wie auf Armut. Mit Gleichmut betrachtet er Glück wie Unglück. Der Geist verharrt frei von Zuneigung und Abneigung, frei von Liebe und Hass, frei von Freude und Kummer. Hier muss erwähnt werden, dass nicht bei allen Konzentrationsübungen derselbe Grad der Konzentration erreicht wird. Zum Beispiel mögen die Betrachtungen über den Erleuchteten und seine Lehre nur die angrenzende Sammlung herbeiführen, die Leichenbetrachtungen die erste Vertiefung, die drei ersten göttlichen Verweilungsstätten die ersten drei Vertiefungen, wogegen Gleichmut genau wie die zehn Kasinas und die Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmung alle vier Vertiefungen ermöglichen können. Von den Übungen eignen sich die vier Farbkasinas besonders für ärgerliche und gehässige Naturen. Die Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmung für geistig unstete Naturen. Letztere sollten nur ganz kleine Kasinascheiben wählen. Die hier beschriebenen Samadhi-Übungen dienen zur Entfaltung der inneren Gemütsruhe. Diese unterstützt, wie bereits erwähnt, die erfolgreiche Entfaltung der Einsicht wie Passana und damit den Eintritt in die vier Stufen der Heiligkeit. Es ist nicht unbedingt notwendig, die Vertiefungen erreicht zu haben, um Einsicht üben zu können. Die Erreichung der angrenzenden Sammlung genügt. Übrigens ist während der Vertiefungen die Entfaltung der Einsicht nicht möglich, denn um sie zu entwickeln, ist vorangehendes, intensives, abstraktes Denken und Analysieren nötig. Dies ist jedoch in der ersten Vertiefung schwach und in den drei nächsten Vertiefungen überhaupt nicht vorhanden. Entfaltung des Klarblicks Die Invisudhimagga römisch 14 bis 22 angegebenen Klarblickübungen sind außerordentlich vielseitig. Ich möchte nur die wesentlichsten davon hier kurz andeuten. Bevor man mit der Entfaltung des Klarblicks beginnt, sollte man sich vorerst eine gründliche Kenntnis der Paramatta-Lehre aneignen. Dies ist die Lehre von den im höchsten Sinne wahren und alleinigen Bestandteilen der fünf Daseinsgruppen, die unser Dasein ausmachen. Diese bestehen aus Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein. Dazu gehört ihre Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit, Unpersönlichkeit und Bedingtheit, ebenso ihre Zweiteilung in einen geistig-körperlichen Prozess, Nama Rupa. Ein anderer zerlegt das Geistige und Körperliche in seine 18 Elemente, in die sechs Sinnesorgane, sechs Sinnesobjekte und sechs Arten des Bewusstseins, wie Seh, Hör, Riech, Geschmacks, Körpereindrucks und Geistesbewusstsein. Und er sagt sich, nur geistige und körperliche Phänomene sind dies und kein Wesen, keine Person ist da anzutreffen. Gleich wie bei Anhäufung der Teile man da von einem Wagen spricht, braucht man, sobald die Gruppen da sind, den populären Namen Mensch. Gleich wie der durch vielerlei Materialien bedingte eingeschlossene Raum als Halle bezeichnet wird, genauso wird die durch Knochen, Fleisch und Sehnen gebildete Anhäufung als Körper bezeichnet. Gleich wie eine Marionette an sich leer, seelenlos und untätig ist, aber mit Hilfe einer Schnur sich bewegt oder stehen bleibt und voller Leben und Tätigkeit zu sein scheint, so sind auch das Geistige und Körperliche an sich etwas Leeres, Seelenloses und Untätiges. Durch die ständige wechselseitige Einwirkung des Geistigen und Körperlichen aber entsteht deren Verbindung und erscheint voll Leben und Tätigkeit. Gleich wie mit Hilfe eines Schiffes die Menschen fahren übers Meer, so auch bedingt durch diesen Körper die Geistgruppe im Gange ist. Gleich wie mit Menschenhilfe da das Schiff das große Meer durchkreuzt, so auch bedingt durch diesen Geist die Körpergruppe fortbesteht. So betrachtet der Meditierende die Bedingtheit dieser geistigen und körperlichen Prozesse. Er erkennt, wie die als das geistige und körperliche geltenden Phänomene Verfall und Tod erreichen und wie alle Gebilde sich auflösen. So erfasst er die bedingte Natur des geistigen und körperlichen im Sinne der rückwärts wirkenden bedingten Entstehung. Nämlich dieses Altern und Sterben der Gebilde gibt es nur insofern, als es Geburt gibt. Den Geburtsprozess nur insofern, als es den vorgeburtlichen karmischen Werdeprozess gibt. Diesen karmischen Prozess nur insofern, als es das Anhaften am Dasein gibt. Die Karma Formationen nur insofern, als es Unwissenheit und Verblendung gibt. Bei einem derartigen Vorgehen schwindet ihm aller Zweifel wie war ich wohl in der vergangenen Zeit oder war ich nicht und so weiter. In allen Arten des Daseins sieht man nun bloß das durch Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen im Gange befindliche Geistige und Körperliche. Keinen Täter sieht man außerhalb der Tat, keinen die Karma Wirkung Erfahrenden außerhalb der Karma Wirkung. Dass aber die Weisen sich nur einer konventionellen Bezeichnung bedienen, wenn sie hinsichtlich des Stattfindens einer Tat von einem Täter oder hinsichtlich des Eintritts der Karma Wirkung von einem die Wirkung Erlebenden sprechen, das hat man in rechter Weise klar erkannt. Daher heißt es Nicht findet man der Tat Täter, kein Wesen, das die Wirkung trifft, Nur leere Dinge ziehen vorüber, wer so erkennt, hat rechten Blick. Da gibt es weder Gott noch Brachma, der dieses Daseins Rat erschuf, nur leere Dinge ziehen vorüber, durch viele Ursachen bedingt. Als nächstes erwägt man nun Folgendes, die in der Vergangenheit durch Karma bedingt entstandenen Daseins Gruppen, die sind wieder erloschen. Durch das vergangene Karma Wirken bedingt sind in diesem Dasein andere Gruppen entstanden. Doch ist aus dem vergangenen Dasein nichts in dieses Dasein übergegangen. Auch die in diesem Dasein durch früheres Karma oder Wirken bedingt entstandenen Gruppen werden erlöschen. Auch wird aus diesem Dasein nichts in das künftige Dasein übergehen. Durch die Daseins Gruppen, Sinnesgrundlagen und Elemente des vergangenen Daseins bedingt, kommt es im gegenwärtigen Dasein zur Entstehung dieser Phänomene. Durch die Daseins Gruppen des gegenwärtigen Lebens bedingt, kommt es zur Entstehung dieser Phänomene im nächsten Dasein. Was immer es an Körperlichem gibt, an Gefühl, an Wahrnehmung, an Geistesformationen, an Bewusstsein, ob Vergangen, Gegenwärtig oder Zukünftig, ob Eigen oder Außerhalb, ob Grob oder Subtil, ob Gemein oder Edel, ob Entfernt oder Nah. All das betrachtet der Meditierende der Reihe nach als vergänglich, als leidhaft, als unpersönlich. Was nämlich vergänglich ist, das ist leidhaft und Außerstande, die durch Entstehen und Hinschwinden bedingte eigene Vergänglichkeit oder Bedrückung zurückzuhalten. Wie sollte ihm da wohl die Rolle eines Handelnden, eines Fühlenden, eines Selbstständigen zukommen? Alle diese Dinge sind vergänglich, erzeugt, bedingt entstanden, dem Hinsiechen und Hinschwinden, der Aufhebung und Erlöschung unterworfen. Das Leben, so wie alles Dasein, wie alle Freude, alles Leid, hängt bloß an einem Denkmoment und schnell eilt der Moment dahin. Die Daseinsgruppen, die erloschen, beim Sterben, wie im Leben schon, sind alle auf die gleiche Weise dahin, auf Nimmerwiederkehr. Sie kommen aus dem Ungesehenen, ins Ungesehene eilen sie erlöschend. Gleich wie der Blitz am Himmel leuchtet auf, so kommen sie und schwinden wieder hin. Auch in der äußeren Natur kann man die drei Daseins Merkmale feststellen. Der Schößling des Ahsoka-Baumes ist anfangs hell, dann nach Verlauf von zwei bis drei Tagen tiefrot. Danach bekommt er das Aussehen eines jungen Sprosses, dann eines reifen Sprosses, dann eines hellgrünen Blattes, dann eines blaugrünen Blattes. Von diesem Zeitpunkt an wird er, indem er sich ununterbrochen verändert, nach einem Jahr zum gelben Blatt, löst sich vom Stängel und fällt ab. Bevor also jedes Mal der nächstfolgende Zustand erreicht ist, stirbt der vorhergehende ab. Ferner erkennt der Übende falsche Vorstellungen mittels der 18 Arten des Klarblicks und ersetzt sie durch ihr Gegenteil. Erstens die Betrachtung der Vergänglichkeit entfaltend überwindet der Meditierende die Vorstellung der Unvergänglichkeit. Zweitens die Betrachtung des Leidens entfaltend überwindet er die Vorstellung des Glücks. Drittens die Betrachtung der Unpersönlichkeit entfaltend überwindet er die Vorstellung von Persönlichkeit. Viertens die Betrachtung der Ernüchterung entfaltend überwindet er die Lust. Fünftens die Betrachtung der Gierlosigkeit entfaltend überwindet er die Gier. Sechstens die Betrachtung der Erlöschung entfaltend überwindet er die Daseinsentstehung. Siebtens die Betrachtung des Fallenlassens entfaltend überwindet er das Anhaften. Achtens die Betrachtung des Auflösens entfaltend überwindet er die Vorstellung von etwas Kompaktem. Neuntens die Betrachtung des Hinschwindens entfaltend überwindet er das Anhäufen. Zehntens die Betrachtung der Veränderlichkeit entfaltend überwindet er die Vorstellung von der Unveränderlichkeit. Elftens die Betrachtung des Bedingungslosen entfaltend überwindet er das Haften am Dasein. Zwölftens die Betrachtung des Wunschlosen entfaltend überwindet er das Verlangen. Dreizehntens die Betrachtung der Leerheit entfaltend überwindet er das Sich-Anklammern. Vierzehntens den höheren Wissensklarblick entfaltend überwindet er die fixe Idee von einer Wesenheit. Fünfzehntens den der Wirklichkeit gemäßen Erkenntnisblick entfaltend überwindet er das Festhalten an der Verblendung. Sechzehntens die Betrachtung des Elends entfaltend überwindet er das Anhaften an der Sinnesbefriedigung. Siebzehntens die im Nachdenken bestehende Betrachtung entfaltend überwindet er die Gedankenlosigkeit. Achtzehntens die Betrachtung des Sich-Abwendens entfaltend überwindet er das Anhaften an Neigungen. Hat nun der Übende durch diese 18 Arten des Klarblicks die drei Merkmale alles Daseins erkannt, so hat er die Vergänglichkeit, das Leiden, und die Unpersönlichkeit Anicca Dukkha Anatta durchdrungen. Neun Stufen der Einsicht 1. Betrachtung des Entstehens und Vergehens Fernerhin übt sich der Meditierende im Klarblick hinsichtlich des Entstehens und Vergehens. Alle körperlichen und unkörperlichen Dinge kommen ohne vorher gewesen zu sein zum Entstehen und einmal entstanden schwinden sie wieder. Durch vorgeburtliche Unwissenheit, Begehren, Karma und Nährstoffe ist die Entstehung des Körperlichen bedingt und durch Erlöschen dieser vier Ursachen kommt es zum Erlöschen der Wiedergeburt. Alle körperlichen und unkörperlichen Dinge erscheinen wie ein bei Sonnenaufgang sich auflösender Tautropfen, wie eine leere Wasserblase, wie eine im Wasser gezogene und sofort wieder verschwindende Furche, wie ein aufleuchtender und sofort wieder verschwindender Blitz, als etwas Wesenloses, Gehaltloses, wie ein Blendwerk, eine Luftspiegelung, wie ein Traumgebilde, wie ein durch kreisförmiges Schwingen eines brennenden Holzstückes hervorgerufener Lichtkranz, wie eine Geisterstadt, wie Schaum, wie ein aus Blattscheiben bestehender Bananenstamm. Zweitens Betrachtung der Auflösung Während er nun erkennt, dass alle diese Gebilde, sobald sie aufgestiegen sind, wiederum zum Erlöschen kommen, steigt in ihm die Betrachtung der Auflösung auf. Das durch körperliche und geistige Objekte bedingt entstandene Bewusstsein betrachtet er als vergänglich, als leidvoll, als etwas Unpersönliches. Er wendet sich davon ab, findet keine Lust mehr daran. Er löst sich los davon und giert nicht mehr entstehen. Er lässt es fallen und hält nicht mehr daran fest. Es aber als vergänglich betrachtend überwindet er die Vorstellung der Unvergänglichkeit. Die Daseinsgruppen schwinden hin, kein Wesen gibt es weiter da, die Auflösung der Gruppen eben man mit dem Namen Tod benennt. Drittens die durch die Vergegenwärtigung des Schreckens bestehende Erkenntnis Wer erkennt, wie in der Vergangenheit die Gebilde erloschen sind, die gegenwärtigen Gebilde erloschen und auch die in der Zukunft entstehenden Gebilde erlöschen werden, dem steigt bei solcher Gelegenheit die durch die Vergegenwärtigung des Schreckens bestehende Erkenntnis auf. Viertens Betrachtung des Elends Die Daseins Entstehung ist voller Schrecken Solches aus Erkenntnis des Schreckens bestehendes Wissen gilt als der Erkenntnis des Elends Der Daseins Fortgang ist voll Schrecken Die Daseins Bedingung ist voll Schrecken Das karmische Anhäufen ist voll Schrecken Die Daseins Werte ist voll Schrecken Das ins Dasein treten ist voll Schrecken Alter Krankheit Tod Sorge Jammer Verelendung sind voll Schrecken Solches aus Vergegenwärtigung des Schreckens bestehende Wissen gilt als die Erkenntnis des Elends 5. Betrachtung der Abwendung Während der Übende auf diese Weise alle Gebilde als leidvoll erkennt wendet er sich von allen Daseins Gebilden ab ist ihrer überdrüssig und findet keinen Gefallen mehr daran 6. Erkenntnis des Erlösungswunsches Indem der Übende an den Daseins Gebilden keinen Gefallen mehr findet haftet sein Geist auch nicht mehr an einem einzigen von jenen Gebilden sondern er wünscht sich davon zu befreien wünscht ihnen zu entrinnen 7. Nachdenkende Betrachtung Um sich von allen Daseins Gebilden zu lösen denkt er über sie nach und stellt die drei Merkmale aller Daseins Gebilden fest Alle Gebilde erkennt er als vergänglich Anicca da sie ohne Dauer sind nur eine Zeit lang bestehen durch Entstehen und Vergehen begrenzt sind hinfällig wandelbar zerbrechlich unbeständig dem Wechsel unterworfen ohne Kern gezeugt dem Sterben unterworfen Als leidvoll Dukka erkennt er die Gebilde da sie bedrückend und schwer zu ertragen sind und ihr Bestehen die Wurzel alles Leidens ist Als unrein erkennt er die Gebilde da sie behaftet sind mit den Merkmalen der Leidhaftigkeit Als unpersönlich an Atta erkennt er die Gebilde da sie etwas Fremdes sind hohl nichtig leer ohne Eigentümer ohne Herrn ohne einen der Macht darüber hätte leer sind alle Gebilde leer von einer Persönlichkeit und kein Eigentümer einer Persönlichkeit ist darin zu finden nicht bin ich irgendwo irgendwer irgendetwas und nicht gehört mir irgendwo in irgendeiner Hinsicht irgendetwas Genau wie Schilfrohr oder Schaum eine Wasserblase eine Luftspiegelung ein Bananenstamm oder Gaukelwerk ohne Kern sind genauso auch sind Körperlichkeit Gefühle Wahrnehmungen Geistesformationen und Bewusstsein ohne Kern gehaltlos und leer unpersönlich herrenlos etwas worüber man keine Macht hat ohnmächtig fremd abgesondert Achtens Gleichmut Erkenntnis hinsichtlich der Daseinsgebilde Während der Übende so die Daseinsgebilde erfasst indem er sie als leer erkennt und bei ihnen die drei Merkmale feststellt gibt er Furcht und Angst auf und bleibt voll Gleichmut nimmt keinen Anteil mehr an den Daseins Gebilden fasst nicht mehr den Gedanken des Ich oder Mein Wer die Gebilde als vergänglich erwägt dem erscheinen sie als ein Hinsiechen Wer sie als Elend erwägt dem erscheinen sie als leidvoll Wer sie als unpersönlich erwägt dem erscheinen sie als leer Neuntens Anpassungserkenntnis Bei der Erwägung nun wird der Pfad aufsteigen betrachtet der Geist des Meditierenden mit Gleichmut hinsichtlich der Gebilde alle Daseinsformen als vergänglich oder als leidvoll oder als unpersönlich Unmittelbar darauf entsteht Aufmerken am Geist Tor in der gleichen Weise wie es der Gleichmut hinsichtlich der Gebilde getan hat indem der Geist die Daseins Gebilde selbst als vergänglich elend oder unpersönlich zum Objekte nimmt Wenn das Bewusstsein ununterbrochen darauf gerichtet ist steigen die als Vorbereitung Angrenzung und Anpassung bezeichneten drei Impulsivmomente auf mit denselben Daseins Gebilden als ihr Objekt Von Anpassungserkenntnis spricht man weil diese Erkenntnis sich den vorangehenden acht Klarblicks Arten und den unmittelbar darauf folgenden Erleuchtungselementen anpasst Das ist deshalb so weil die Anpassungserkenntnis bezüglich der Daseins Gebilde mit ihren Merkmalen der Vergänglichkeit Leidhaftigkeit und Unpersönlichkeit aufgestiegen ist Die Anpassungserkenntnis bildet den Abschluss für den zum Aufstieg führenden Klarblick der die Daseins Gebilde zum Objekt hat Vier Stufen der Erleuchtung Heiligkeit Unmittelbar hierauf aber folgt die im geistigen Hinwenden auf den überweltlichen Pfad des Stromeintritts bestehende Reife Erkenntnis Der Geist wendet sich nicht mehr zu den Daseins Gebilden hin haftet und hängt nicht mehr an ihnen wird nicht mehr durch sie gefesselt und verlässt damit die Sphäre der Weltlinge und tritt die Sphäre der Edlen ein Gleich wie bei wolkenlosen Himmel der Mond sich klar und deutlich zeigt so erlebt die reife Erkenntnis das lautere Nirvan sobald die die Wahrheit verhüllende Finsternis der Verblendung gewichen ist Als unmittelbare Fortsetzung auf jene Reife Erkenntnis folgend steigt das Pfadbewusstsein auf dass die zuvor noch nie zersprengte Masse aus Gier Hass und Verblendung kurzfristig zersprengt und zertrümmert Unmittelbar auf dieses Pfadbewusstsein Magga folgen die Fruchtmomente die als die Früchte Fala des Pfades geltenden und die sich noch unzählige Male während des Lebens wiederholenden überweltlichen Bewusstseinszustände Der gleiche Vorgang vollzieht sich auch bei Erreichung der drei höheren Stufen der Heiligkeit Erlösung Hiermit wären wir also zum höchsten und letzten Ziel gelangt Ich Ich möchte bitten nicht 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 ziehen Es dreht sich hier in den Darlegungen der Visuddhi Magga hauptsächlich um einen Versuch, den ganzen Erlösungsvorgang wissenschaftlich festzulegen, also um Erkenntnisse und Hypothesen, die mithilfe von abstraktem Denken gewonnen wurden. Zum Teil handelt es sich aber auch um wirkliche, von außerordentlichen Sehern und Mystikern gewonnene Erkenntnisse. Entfaltung der Achtsamkeit Zum Schluss möchte ich daher auf die Worte des Buddha selbst zurückgreifen und die in der Satipatthana-Sutta, Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit, gegebenen und jedermann klar verständlichen Erklärungen der zweifachen Entfaltung darlegen. Der Inhalt dieser Sutta ist in kurzen Worten ungefähr folgender. Nur einen einzigen Weg gibt es zur Läuterung der Wesen, zur Leidenserlöschung und zur Erreichung des Nirwans, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die Betrachtung des Körpers, der Gefühle, des Geistes und der Geistobjekte. Da begibt sich der Übende an eine einsame Stelle und sich dort niedersetzend und seine Achtsamkeit vor sich richtend, beobachtet er achtsam und klar bewusst seine Ein- und Ausatmung und erreicht dadurch geistige Sammlung. Oder beim Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen ist er sich klar bewusst und erkennt, dass es keine Wesenheit, kein wirkliches Ich ist, das da geht, steht und so weiter, sondern, dass es eine bloße konventionelle Ausdrucksweise ist, wenn man sagt, ich gehe, ich stehe und so weiter. Er ist sich klar bewusst beim Gehen und Kommen, Hinblicken und Wegblicken und allen anderen körperlichen Tätigkeiten. Bei all diesen Tätigkeiten gedenkt er des Zweckes, des Nutzens, der Pflicht und der Wahrheit. Ferner betrachtet er diesen Körper von der Sohle bis zum Scheitel. Dieser Körper besteht aus Kopfhaaren, Körperhaaren, Nägeln, Zähnen, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen und so weiter. Ferner betrachtet er diesen Körper, wie er geht und steht, mit Hinsicht auf die vier Elemente. Dieser Körper besteht aus dem festen, Erdelement, flüssigen, Wasserelement, erhitzenden, Feuerelement und windigen, Luftelement. Ferner, als sähe er ein Knochengerippe vor sich liegen, lose Knochen da und dort verstreut, Gebeine weiß wie Muscheln, aufgeschichtete Knochen nach Verlauf von Jahren, verweste und zu Staub zerfallene Knochen, so schließt er auf seinen eigenen Körper, auch dieser wird einst so werden. Bei jeder Einzelnen der obigen Kontemplationen betrachtet der Übende erst den eigenen Körper, dann die fremden Körper und dann beide. Er erkennt ihr Entstehen, ihr Vergehen, ihr Entstehen und Vergehen. Er weiß, nur Körperlichkeit ist dies, aber keine Ichheit verbirgt sich dahinter. Unabhängig lebt er und an nichts in der Welt haftet er. Auf die Gefühle achtet der Übende, indem er sich jedes aufsteigenden Gefühls klar bewusst ist. Er bemerkt das Wohlgefühl und das Wehegefühl, das sinnliche und das übersinnliche Gefühl, sieht wie die Gefühle entstehen und vergehen und erkennt, dass sich hinter den Gefühlen keine Ichheit verbirgt. Ferner wacht er über seinen Geist, merkt, wenn ein Gedanke der Gier, des Hasses oder der Verblendung in ihm aufsteigt, merkt, wenn der Geist frei ist von diesen Dingen. Er merkt, wenn sein Geist verkrampft ist, zerstreut, gesammelt oder ungesammelt. Er merkt, wie alle diese geistigen Zustände entstehen und vergehen und erkennt, dass es nur Gedanken sind, dass sich aber hinter den Gedanken keine Ichheit versteckt. Ferner wacht er über den Geistesinhalt, wie die fünf Hemmungen, die sechs Sinnesorgane und ihre Objekte und die durch sie bedingten Fesseln, die sieben Erleuchtungsglieder und die vier edlen Wahrheiten. Er ist sich klar bewusst, was Leiden ist, über dessen Entstehung und Erlöschung und den dorthin führenden achtfachen Pfad. Er sieht, wie alle Erscheinungen entstehen und wieder vergehen und dass sich nirgends eine Ichheit dahinter verbirgt. Wer auf diese Weise die vier Grundlagen der Achtsamkeit übt, der mag schon nach sieben Jahren, ja selbst schon nach sieben Tagen, die höchste Stufe der Erlösung, Nibbana, erreichen.